Gewählt ist mit 181 Stimmen Martin Candinas. Es war schon so, dass zu Hause immer ein bisschen politisiert worden ist. Aber meine Eltern waren nicht wirklich aktiv in der Politik. Mein Vater war in der Geschäftsprüfungskommission, aber das ist mir noch schnell einmal in einer Gemeinde. Ich war einfach interessiert an der Politik und fand dann einmal, ich gehönte mal zu den Jungparteien, weil mein Vater war ein gewöhnliches CVP-Mitglied. Ich fand, ich gehe noch einmal dort vorbei und für mich war immer klar, entweder dort oder bei den Freiseinigen, aber sicher nicht bei den Pol-Parteien. Und ja, ich bin dann einmal an einer Versammlung von JungCVP gegangen. Ich fand, das ist eine coole Truppe. Hier bleibe ich, da gehe ich gerne weiter schauen. Und eigentlich war es nicht wirklich so, dass alles durch den Plan war. Aber heute bin ich überzeugt, dass ich am richtigen Ort bin. Und da bin ich schon immer noch. Ich mache das, dass ich zu Hause bin. Und da bin ich ja, das ist wirklich so. Und da bin ich einfach nicht. Und das war das, was ich nicht. Und da bin ich schön. Dann kann man auch nicht. Und da bin ich. Da bin ich lieber eins geเดih два. Und da bin ich hier. Musik Eigentlich fahren sie zwölf Jahre jetzt auf Bern. Und ich würde sagen, so im Schnitt sind es zweimal in der Woche, als ich hier im Zug bin. Und deshalb müssen wir das aufrechnen, das habe ich noch nie gemacht. Aber das, was ich sagen kann, ich bin noch nie selber mit dem Auto auf Bern gefahren. Ich habe auch recht auf einen Chauffeur in diesem Jahr. Ich mache auch teilweise von diesem Gebrauch, wenn es mit dem ÖV nicht aufgeht. Aber äusserst selten. Und das auch so eine Überzeugung aussah. Weil der ÖV wirklich fantastisch ist in unserem Land. Und ich stehe zum ÖV, engagiere mich für den ÖV. Und auf der anderen Seite mag ich mich dann auch nicht wieder umgewöhnen, wenn das Jahr durch ist. Dass ich dann wieder vom Auto auf den Zug umsteigen müsste. Und von daher fängt es absolut nicht schwer, von dem nicht gebraucht zu machen. Mittlerweile kenne ich diese Ströseln. Aber eigentlich so viel von Bern kenne ich nicht. Das ist schon meistens der Weg vom Bahnhof zum Bundeshaus und zurück. Ja Martin, kannst du dich noch besinnen, als du zum ersten Mal ins Bundeshaus gegangen bist? Ja, also das erste Mal im Bundeshaus, wo ich mich wirklich aktiv erinnere, war es nach der Wahl, wo wir einen Informationstag hatten. Wo sie uns informiert haben, wo ist überhaupt was in diesem Haus. Und ja, mir ist es heute ziemlich oft gekommen, als wenn ich hier in einem Labyrinth noch reinkam. Und von daher ist das für mich schon sehr, sehr speziell gewesen. Und ich kann mich sehr gut erinnern an diesen Tag. Das war irgendwo im November 2011. Das war irgendwo im November 2011. So ein schönes Haus, gell? Gut war's gut. Ich habe das Gefühl, jetzt ist er mit dem Ding gestiegen. Jetzt wollte er noch Englisch anschreiben. Dabei ist es einfach eher romanisch und fertig. Wie wird man Nationalratspräsident? Man ist immer ein Jahr lang Nationalratspräsident. Das wird auf die Parteien aufgeteilt in einem Turnus unter den Bundesratsparteien. Letztes Jahr haben die Grünen auch die Gelegenheit bekommen. Und jetzt versucht man das auch neu zu machen, damit auch andere Parteien involviert werden können. Damit es klar ist, welche Partei der Anspruch hat. Und so ist dann meine Frage innerhalb der Parteien, wer wird es denn sein. Die Hauptaufgabe des Nationalratspräsidenten ist, den Rat zu leiten während der Sessionen. Dass man da auch unparteiisch ist. Eine gewisse Art auch Schiedsrichter. Damit diese Debatte kann stattfinden und damit sie auch fair abläuft. Weil wir haben sehr viele Regeln, welche klar ist. Beispielsweise auch, wie lange man reden darf im Rednerpult. Und als Präsident hat man dafür die Sorgen, dass das gesittet und gut stattfindet. Natürlich kommen auch Repräsentationsaufgaben dazu. Im In- und im Ausland. Und das sind Aufgaben im Inland nationaler Veranstaltungen. Und im Ausland gibt es auch Besuch bei anderen Parlamentspräsidenten. sowie auch den Empfang von anderen Parlamentspräsidenten in der Schweiz. Jetzt hast du eine von deinen ersten Handlungen. Das war die Leitung der Wahl von zwei neuen Bundesräten. Das war schon im Dezember. Wie nervös bist du? Da bin ich sehr nervös gewesen. Es ist knapp zehn Tage nach meiner eigenen Wahl zum Nationalratspräsidenten habe ich eine Doppelvakanz, in dem sie ihn im Bundesrat dürfen leiten. Und es ist klar, da ist man schon nervös, wenn man so einen massiven, direkten Einstieg im Amt hat. Wir haben aber auch stark geübt, damit das wirklich gut stattfinden wird. Und ich glaube, am Schluss ist es nicht schlecht gelungen. Wenn wir in den letzten Jahren zurücksehen, dann haben wir eine Pandemie gehabt. Eine Pandemie, die die Gesellschaft zum Teil auch gespaltet hat. Wir haben einen Krieg, der auch wieder die Welt spaltet. Und ich glaube, wir müssen wieder mehr besinnen auf einfache Werte. Aber auf zentrale Werte. Und für mich ist auch da die Viersprachigkeit bei dem auch wichtig. Und darum wollte ich wirklich das Gemeinsame nehmen. Und das auch viersprachig mit gemeinsam, ensemble, insieme und zusammen. Aber du musst neutral sein, du kannst nicht deine Partei vertreten. Wie schwierig ist das, sich ein wenig zurückzunehmen? Das ist sehr schwierig. Wenn man elf Jahre lang politisiert mit Herzblut und auch mit Ecken und Kanten, würde ich einmal sagen, dann ist das schon eine Herzensangelegenheit am Schluss. Auf der anderen Seite stand ich mir nie vor dieser Frage gestanden. Und ich habe mich entschieden, ja, ich will diesen Weg gehen. Ich würde gerne einmal ein Jahr lang der Nationalratspräsident sein. Und von dem her ist für mich von Anfang an klar gewesen, dass ich da ab und zu auf die Zähne beissen und eine andere Funktion habe. Aber es ist eine wunderschöne Funktion. Es ist ein Riesenprivileg, wenn man Nationalratspräsident sein darf. Und die Agenda ist so gefüllt mit repräsentativen Aufgaben, dass man irgendwo dann nicht einmal wirklich Zeit hat für die politischen Themen vom Alltag. Und so fällt es einem auch. Ja, so kann man mit dem gut umgehen, dass man ein Jahr lang nicht politisiert. Und wissen, dass wenn die Wiederwahl funktioniert, man dann wieder vollgas politisch tätig sein kann. Ja Martin, wir sind ja jetzt Ende Februar, also eigentlich ziemlich am Anfang des Präsidialjahres. Was steht momentan an, wie ist es heute? Heute gehe ich am Abend zum Friedensanlass, Solidaritätsanlass gemeinsam für den Frieden von unseren Gehechenern in der Schweiz, die in Münster stattfindet, wo ich noch ein Grusswort halten darf. Weil heute dauert, ja, es ist ein Jahr nach dem Beginn des Angriffskrieges von Russland in der Ukraine. Wenn wir den Krieg anschauen, was hast du das Gefühl nach einem Jahr? Macht die Schweiz genug? Das ist eine politische Frage. Die muss das Parlament am Schluss entscheiden. Macht die Schweiz genug oder nicht? Ich glaube, wir unterstützen im humanitären Bereich die Ukraine stark. Sicher kann man noch mehr machen. Und auch auf diplomatischer Ebene sind wir gefordert. Und da hat die Schweiz viel Erfahrung, viel Wissen und es ist eine Pflicht, dass wir das auch einbringen. Aber über Menge und ob man noch mehr machen will, das ist jetzt typisch so eine Frage, wo ich mir als Nationalratspräsident nicht äussere, sondern wo das Parlament und der Bundesrat zu entscheiden haben. Stichwort Work-Life-Balance während eines Nationalratspräsidialjahres. Wie sieht das bei dir aus, Martin? Es ist sehr schwierig, das in einem guten Gleichgewicht zu bringen. Es ist klar, in diesem Jahr habe ich so viele Verpflichtungen, so viele Aufgaben und auch einen gewissen Druck zum Teil. Auf der anderen Seite, die wunderschönen Sachen, die ich erlebe, dank den Privilegen, die ich habe, das gibt enorm Kraft für den Alltag. Aber zu kurz kommt Familie. Das muss man auch nicht schönreden. Das ist ein Fakt, das ist eine Realität. Und natürlich auch Zeit für mich. Da funktioniere ich und plane dann mehr Zeit für mich und die Familie, wenn das Jahr durch ist. Was zeichnet Martin aus Ihrer Meinung nach? Martin ist für mich ein Phänomen. Ich kenne niemanden, den Martin nicht mag. Er hat so einen Charme und er verbindet diesen Charme, aber dann gleich mit Hartnäckigkeit. Dort, wo er ein Anliegen hat, das ihm wichtig ist. Zweitwohnungsgesetz oder die ganze Frage der Wolfsregulierung. Da kann er durchaus auch hart und bestimmt sein. Und da lässt er nicht schauen. Wenn er nachher einmal hat, dann packt er ihn. Und trotzdem sind auch die politischen Gegner. Die können ihm irgendwie gerne nicht recht böse sein, auch wenn sie weit weg von ihm sind. Und das ist so die Kombination. Ich glaube, seine Persönlichkeit, sein Dialekt, dann mit dem Romance. Alles das macht ihn zu einer speziellen Person. Ich glaube, finden hat er keinen. Obwohl er viele politische Gegner auch hat mit seinen Positionen, die er teilweise vertritt. Und ich glaube, er ist schon auch ein Kämpfer für Randregionen. Er ist ein Kämpfer für Servicepublik. Das sind Themen, die ihm sehr wichtig sind. Dann aber hätte er auch Mäcke. Ja, Mäcke ist noch schwierig, dass man unter dem Stichwort Mäcke etwas in den Sinn kommt. Aber eine Geschichte, die ich noch speziell finde, ist, wenn wir während der Session in Bern sind, sind wir Nachbarn. Also wir haben die Wohnung auf dem gleichen Stock vis-à-vis. Und ja, es ist alles ein wenig ringhörig. Und er hat mich dann beauftragt, als er Nationalratspräsident war, dann ist, dass ich einmal hören, ob er am Duschen ist. Und dass, wenn ich ihn nicht hören würde, dass ich ihn dann entsprechend wecken würde. Weil ihm ist ganz, ganz wichtig, dass er rechtzeitig kommt. Dass nicht irgendwie seine Vizepräsidenten hier unerwartet übernehmen müssen. Sondern er ist pflichtbewusst und möchte rechtzeitig dort sein. Und selbstverständlich mache ich das sehr gerne als Freundschaftsdienst für ihn. Ja, da sind wir im Nationalratssaal. Vorbereitung für die Session, die am Montag anfängt. Darum, ja, sieht man, dass die Abstimmungsanlagen auch schon in Vorbereitung sind. Und ab dann dürfen da keine Gruppen hinein, damit auch niemand da irgendwo an diesen Anlagen etwas umstellen könnte. Ja, da gibt es noch nicht mehr. Es gibt immer Leute, die wollen länger reden. Aber wenn man 5 Minuten hat, dann gelten die 5 Minuten für alle. Und von daher muss man immer wieder eingreifen, auch wenn es ein wenig Lärm ist. Aber die Frage ist ja nicht, greift man ein oder nicht. Sondern die Frage ist ja immer, wie greift man ein. Und ich glaube, am Schluss sehe ich mich da nicht als Lehrer, sondern mehr als jemand, der schaut, dass das Kochen nicht alles stattfindet. Und von daher probieren wir das auch mehr auf eine, vielleicht, ja, auf eine lockere Art als auf eine besserwisserische Art. Das ist mir auch persönlich ein grosses Anliegen. Du bist ja Fraktionspräsident von der Mitte. Was macht eigentlich ein Fraktionspräsident? Also ein Fraktionspräsident ist eigentlich der Spielertrainer einer Fraktion, also einer National- und Ständerräte. Seine Aufgabe ist, hier einen Strategien festzulegen und insbesondere auch mit den anderen Partien zu verhandeln. Martin ist ein extrem fleissiger Parlamentarier, auch einer mit einem grossen Herz. Er hat in China-Bereichen, gerade im Verkehr, eine sehr grosse Kompetenz, Fachkompetenz. Und als Nationalratspräsident ist er extrem integrativ. Er hat vor allem der Anspruch, dass er das Parlament absolut top viert, was er auch macht. Und er hat aber auch der Anspruch, dass er alle mitnimmt, von ganz links bis ganz rechts und so eine Einheit schafft. Und ich glaube, die guten Resultaten, die er gemacht hat, bei seinen Wahlen zeigen, das ist mir in seiner politischen Karriere bis jetzt gelungen. Tust du privat politische Themen diskutieren mit deinem Umfeld? Es gibt Situationen, in denen wir politische Themen diskutieren. Aber meistens kommt es nicht von mir aus, sondern es kommt von meiner Frau, oder es kommt von meinen Eltern, oder auch zum Teil von den Kindern. Und ich merke, mit 10 und 13, die zwei Eltern, die kommen damals schon und stellen langsam gewisse Fragen. Und dann gibt es diese Diskussion. Aber sonst probiere ich schon, zu Hause die Politik auf die Seite zu lassen, so gut wie es geht. Aber gewisse politische Themen sind ja auch immer einig, z.B. du und deine Frau, oder? Meistens sind wir uns einig, aber bei weitem nicht. Und das ist auch gut so. Ich meine, diese Debatte muss stattfinden. Und es relativiert auch ein wenig die eigene Meinung, immer wenn man auch im Umfeld andere Meinungen gehört. Und ich glaube, es hilft auch zu mit anderen Meinungen umgehen können, wenn nicht alle gleich dickend. Und am Schluss ist das die Schweiz. Und das ist ja die schöne Schweiz, dass wirklich jeder die unterschiedlichsten Meinungen der Kampf vertreten und auch in diesen Meinungen akzeptiert ist. Wenn man direkt auf den Bundesplatz schaut, denkt man jedes Mal an Graubünden, an sich selber, an den Pfalz. Das ist unser Pfalzer Stein. Robust. Und viele schauen das Bundeshaushal von draussen an. Und so könnte man sagen, Graubünden ist nicht nur im Haus, sondern auch vor dem Haus. Das ist eigentlich schön. Ich bin hier unten in Rabius aufgewachsen. Das schönste Dorf. In der Suchselbe, sage ich natürlich, oder wie unser Dichter einmal gesagt hat, ein Wichs in der Pibiala Spunda, der Tuttlewall. Das Dorf auf dem schönsten Hang des ganzen Tal. Ich habe zwei Geschwister, eine Schwester und ein Bruder. Beide sind jünger als ich. Und ja, ich bin der Älteste, was Vorhohnnachteile hat. Ich bin in den Kindergarten und die ersten Jahre hier in Rabius in die Schule gegangen. Hier unten sieht man gut das Schulhaus, hier in der Kirche. Und anschliessen, weil die Schule zusammen war mit Surain das nächste Dorf, bin ich dann auch in Surain noch in die Schule, in die 6. Klasse. Und die Oberstufe ist dann in Zoumvij, im Haupttocht der Gemeinde Zoumvij. Eine sehr gute Klasse war das. Ich habe mich wohlgefühlt und er als Teil davon ist mir aufgefallen, auch als sehr sozialer, zielstrebiger, gesunder Ehrgeiz hatte er auch. Und vor allem, was ich wichtig fand, empathisch war er. Und ich habe in all diesen 24 Jahren, die ich dann hier in dieser Gemeinde Schule gegeben habe, dann ist das die Klasse von ihm, wo ich mich wirklich noch an jeden Schüler erinnern kann, die an so einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Bist du jetzt in der letzten Zeit viel in Rabius, du und schon in Chur? Nein, ich bin nicht mehr so viel in Rabius und das ist halt Realität. Meine Frau ist eine Solothurnerin und seit wir auch Kinder haben und jetzt auch Kinder, wenn sie mal 13, 10 und 18 sind, sind selber auch im Verein, sie haben selber auch Verpflichtungen am Wochenende. Und so ist es schon immer schwieriger, diese Zeit zu finden, gemeinsam noch an Rabius zu kommen. Aber ja, auch wenn wir nicht viel da sind für mich, ist das die Identität, das Herz ist noch immer da. Und als ich in die Jung-CVP-Grabünden war, hatte ich dann ziemlich schnell das Gefühl, wir müssen die Partei ein wenig regionalisieren. Und so habe ich mit ein paar Kollegen die Jung-CVP-Such Selve gegründet. In 2001 ist das gewesen. Und wenn man eine Partei gegründet, muss man auch Ideen haben, man muss ein Projekt haben und auch gewisse Visionen. Und so ist es dazu gekommen, dass wir ein Brainstorming gemacht haben und gesagt haben, wo sind die grössten Bedürfnisse für die Jugendlichen in unserer Region. Und da hat sich ziemlich schnell herauskristallisiert. Das Problem ist, wie kommen wir vom Ausgang nach Hause am Wochenende. Und so haben wir gesagt, okay, die Region-CVP-Such Selve braucht einen Nachtbus, einen Nachtbus zwischen Sidrun und Flims. Wir machen eine Petition, wir fordern das vom Gemeindverband-CVP-Such Selve, dass das umgesetzt wird. Und siehe da, wo wir die Petition eingeheucht haben, hat der Gemeindverband-CVP-Such Selve wirklich gefunden, ja, das ist ein Bedürfnis, das setzen wir um. Und seitdem haben wir in der Region-CVP-Such Selve in der Wintersaison, am Samstagabend in der Nacht, ein Nachtbus, der hier in dieser Region hin- und herfahrt. Ja, nach dem Nachtbus haben wir gefunden, jetzt braucht es ein neues Projekt. Die Initianten von Porta Alpina sind zu uns gekommen. Wir waren fasziniert von dieser Idee. Aber auch viele haben uns ein bisschen als Visionär, als Träumer angeschaut. Und wir haben einfach gesagt, jetzt machen wir die Petition, wir kämpfen für die Realisierung der Porta Alpina. Und haben die Unterschriften gesammelt, die in Bern und in Chur eingereicht. Und ja, Porta Alpine ist noch nicht umgesetzt, aber es ist schweizweit zu einem riesen Team, ein riesen Politikum geworden. Und dann haben wir gefunden, so, jetzt haben wir einen Nachtbus, jetzt haben wir Porta Alpina, wir haben beweisen, dass wir nicht einfach nur reden, sondern dass wir uns engagieren wollen. Und dann haben wir die Leute aufgestellt, auch für politische Ämter. Und das war eigentlich der Beginn von meinem politischen Weg in Grossrat und anschliessend auch in den Nationalrat. Natürlich beschäftigen mich die Abwanderungstendenzen massiv. Vor allem, weil wir ja die Bergregionen, das Tal lebendig halten können. Und ich glaube, da müssen wir auch akzeptieren, dass ein Teil der Prüfe einfach nicht hier stattfinden könnte. Die sind am Schluss in den Städten, die sind am Schluss im Taldunner. Aber der ganze Teil rund um Homeoffice, dass die Leute immer mehr auch von zu Hause aus arbeiten können, die wir gerade auch in der Corona-Pandemie gesehen haben und die ein Teil noch anhaltend ist, ist eine riesige Chance für unsere Region und für die Berggebiete. Und da glaube ich wirklich, wir müssen alles daran setzen, dass wir als Zweitheimische, als Erstheimische machen können. Leute, die sagen, unser Hauptpunkt ist hier in den Bergen. Und wir gehen dann drei, vielleicht auch vier Tage in den Unterlagen arbeiten, und den Rest machen wir von hier aus. Und darum müssen wir auch hier vor allem schauen, dass wir digital top aufgerüstet sind, dass wir hier gute Rahmenbedingungen haben, dass wir hier auch keine schaffen. Und darum sehe ich sehr viele Chancen für uns in sich selber, für das Tal, aber generell für das Berggebiet. Nur müssen wir sie packen. Und es packt niemand die für uns. Das müssen wir selber machen. Jetzt sind wir in der Wald zum Weg. Und für mich ist das einfach das faszinierendste Tal, den wir haben in Graubünden. Auf der einen Seite hat man hier 1900 ein riesiges Hotel gebaut. Das Hotel Tänigerbad, den man damals auch betrieben hat, mit der Idee von internationalen Gästen. Das hat auch bis zum Krieg funktioniert. Wir wollten hier Leute heilen in unserer Bergwelt. Und auf der anderen Seite ist es auch der Ausgangspunkt zur kleinen Ebene. Ich glaube die Ebene, die auch unter Schutz ist. Und die eine Ebene ist, die sehr grosse Beliebtheit geniesst im ganzen Land und auch sehr bekannt ist. Und auch wenn man das lange Tal anschaut und auch da hinten laufen geht, es hat wirklich etwas Spezielles an sich, etwas Faszinierendes und sehr Erholsames. Also da fühlt man sich wirklich wie in den Ferien. Wir sind hier in der Austriervalle, in Wald zum Weg. Das Gasthaus hat eine sehr lange Tradition und ich finde es einfach, es ist so ochrig in dem mystischen Tal hinten. Und darum habe ich mich immer da wohlgefühlt. Und als ich aus der Schule kam, ins erste Präsidium, wo ich kam, ist von der Jungmannschaft, wo der Union der Juventät nachher bei uns. Und dann sind wir ja immer im Dezember Bäume geholt, also Weihnachtstannen für Weihnachten. Und das haben wir immer für das ganze Dorf gemacht. Und dann sind wir da hinten, sind wir dann gewesen. Und dann haben wir dann am Mittag da eingeheert, haben dann da etwas gegessen, zwischendrin auch noch etwas getrunken. Und dann sind wir dann Tal aus und sind dann draussen auf dem Dorfplatz die Tammen verkaufen. Und so haben wir immer gute Feste da gehabt. Und auch die Jung-ZVP, die ich mehrmals schon erwähnt habe, wo wir das Jubiläum hatten. Fünf Jahre haben wir auch das da gefeiert und einmal auch mit dem ganzen Vorstand der Jung-ZVP Schweiz. Und so habe ich einen Bezug zu diesem Gasthaus, weil ich immer finde, solche Häuser, die wirklich noch im Ursprung geblieben sind und die wirklich auch so geführt werden, so ochrig, bodenständig, authentisch, die einen vielleicht auch etwas zurückversetzen, das finde ich halt wahnsinnig spannend. Du hast ja gesagt, es sei wichtig, dass man eigentlich die Sprache weitergibt. Machst du das so mit deinen eigenen Kindern? Ja, ich habe immer noch romanisch geredet mit meinen Kindern. Und mache es auch jetzt noch. Und sie gehen auch, sind in zweisprachigen Kindergarten, gehen auch jetzt in die zweisprachige Schule. Natürlich merke ich ja auch, dass ich wenig zu Hause bin. Und das ist ja auch der Nachteil sprachlich, dass man auch so weniger miteinander redet und weniger Sprache kann mitgeben. Aber mir war wichtig, das, was möglich ist, zu machen. Und ihnen auch den Schatz der retoromanischen Sprache mitzugeben. Und ich glaube, das ist wichtig. Und darum müssen wir auch zweisprachige Schulen fördern, unterstützen, dass da wirklich die Sensibilisierung für das Romanische da ist, dass man das dann auch später vielleicht einmal noch weiter perfektionieren kann. Für mich ist Respekt etwas vom Wichtigsten. Und das versuche ich ihnen immer wieder mitzugeben. Und natürlich auch unsere typischen Schweizer Werte, wie die Zuverlässigkeit und auch Pünktlichkeit und auch Engagement. Ich glaube, wir sind ein tüchtiges Volk. Generell ist die Schweiz auch so erfolgreich. Und das versuche ich ihnen schon mitzugeben. Und da hat man auch verschiedene Diskussionen. Ich sehe jetzt beispielsweise bei dem Grössten, in der sechsten Klasse, geht man in die Sekundar, geht man in die Kante. Das sind Diskussionen, die entstehen. Und da habe ich eine klare Haltung. Für mich ist wichtig, und ich bin auch davon überzeugt, von meinem Weg. Das, was zählt, ist Herzblut und Engagement. Und das ist das Wichtigste. Das, was das Machen mit Freude machen. Mit Freude und dann auch Gas geben. Und ich glaube, das sind schon noch wichtige Werte, neben dem, was ich halt auch im Alltag versuche zu leben. Man muss Menschen mögen, die 4 M's, die Postuliere, schon kräftig zu Hause und immer auch schön bescheiden bleiben. Und ich auch nicht meine, man sei etwas Besseres. Und das, ja, ich versuche das im Alltag wirklich zu leben und auch weiterzugeben, wie ein Kind. Was bedeutet der Steinbock für dich? Der Steinbock bedeutet für mich sehr viel. Der Steinbock ist Graubünden. Und ich finde, man muss auch eine gewisse Identität haben, ein gewisses Markenzeichen, das man zeigen kann. Und der Steinbock ist nicht nur unser Wappentier, sondern ich finde, der Steinbock per se ein faszinierendes Tier. Und wenn ich mir denke, wo man den Steinbock auch sieht, dann ist es meistens weit in den Bergen hier oben. Und ja, ich bin ein Bergler. Und meistens auch an einem Ort, wo man gute Übersicht hat. Oder gute Sicht und Übersicht über das, was rundum läuft. Und das ist schon auch etwas, was ich noch gerne habe. Ich habe nicht gerne, wenn ich in eine Situation komme, wo ich die Übersicht verliere. Sondern die Kontrolle um das, was um einen herumgeht, habe ich gerne. Und so schätze ich eigentlich auch den Steinbock ein, wenn man sieht, wo er amix steht in den Bergen. Und von dem her, ja, ist es auch kein Zufall, dass mein Geschenk, das ich gebe, im Jahr als Nationalratspräsident bei den Auslandspsychen, und zu Persönlichkeiten, die sehr viele auch in diesem Jahr, oder eng mich begleiten, dass das ein Steinbock ist, ist kein Zufall. Und darum, ja, bin ich stolz auf unser Wappentier. Im sozialen Bereich engagiere ich mich bei der Pro Infirmis, Präsident der Kantonalkommission in Graubünden, dann in der Argo, wo auch vier Wohnheime hat und vier Werkstätten, wo wir auch Leute mit Beiträchtigungen beschäftigen. Und dann da, in der Casa San Giuseppe in Cumpadials, unser Alters- und Pflegeheim in der Gemeinde. Und so kann ich auch meiner Gemeinde etwas zurückgeben, und auch etwas Ehrenamtliches und etwas im Sozialen machen. Und ich glaube, das ist auch eine Pflicht von uns in der Politik, um nicht nur ein Mandat zu suchen, wo man Geld verdient, sondern auch etwas zu machen, wo man auch für die Gesellschaft auch zeigt, dass das Engagement wichtig ist. Und da haben wir auch einen grösseren Umbau gehabt in den letzten Jahren. Und jetzt haben wir wirklich ein topes Haus. Und das freut mich sehr. So haben wir einen Dich ist ein Weiler von der Gemeinde Zumwitt. Und wir gehen zu der Kapelle, die 1988 gebaut worden ist. Eine äusserst moderne Kapelle, die auch zu sehr vielen Diskussionen geführt hat, weil man gefunden hat, passt die überhaupt in so einem Weiler. Und ich glaube, diese Kapelle ist auch ein Beweis, dass man sehr offen ist, auch für Neues. und dass sehr viele Ortschaften auch versuchen, die Tradition und Moderne zu verbinden. Und genau das hat man da in so einem Deck geschafft, glaube ich, mit dieser Kapelle in einem Dorfkern, der wirklich noch so ist, wie früher. Am Abend spät, bevor ich dann schlafe, noch schnell da rausgehe, und in die Berge schauen, ist halt schon schön. Zum Abend fahren ist es eigentlich gut. Ja, dann denke ich schon, ab und zu, es ist ein Privileg. Ein Jahr lang das Büro dürfen Sie haben, die Aufgabe auszüben und den Moment geniessen. Punkt. Würdest du nachher etwas anderes machen, Martin? Im Moment wüsste ich nicht was. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe eigentlich nicht viel im Leben geplant, sondern ich habe es genommen, wie es gekommen ist. Meine Politik habe ich in die Jungpartei angefangen, habe mich mit Projekten, die mir am Herzen waren, auseinandergesetzt, habe dann irgendwann kandidiert, bin dann gewählt. Nachher ist dann der Nationalrat auch noch gekommen, bin ich auf diese Liste, habe nichts zu verlieren gehabt, es ist gut gekommen. Und beruflich, ja, was habe ich beruflich gemacht? Ich bin nach der Matur in einem Kundendienst, ich habe Telefon abgenommen, von morgen bis am Abend, das hat mir dort gefallen. Und so habe ich mich nachher hochgeschafft, zum Filialeiter, und durfte diese Funktion ausüben, Leute führen. Am Schluss hatte ich ein Team von zehn Personen, das hat mir gefallen. Und für mich ist das das Entscheidende. Und von dem her ist nicht die Entschädigung, nicht der Status, sondern es muss mir Freude machen. Und ich weiss, es gibt ein Leben nach der Politik. Ich bin jetzt zwölf Jahre in Bern, ich will nochmal, ich kandidiere nochmal für vier Jahre, und irgendwann gibt es ein Leben danach. und auch das, ich plane es nicht. Ich nehme es, wie es kommt, ich bin optimistisch. Und ja, für mich ist klar im Leben, es muss, es muss Freude machen. So bin ich gespannt, und warte dann ab, und dann sehen wir, was ich dann mache. und dann sehen wir mal. 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 Vielen Dank. 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 Schön, dass ich es nicht gemacht habe. Und schneidest. Jetzt habe ich mit der Zunge. Jetzt habe ich in die Kamera geschaut. Das ist alles was zu sagen. Ich muss es gleich aussuchen. Das soll ich noch mal. Gut. Zum Präsident kann ich vollkommen sagen. Mit mir ist das erste Mal in der Geschichte. Und da merkt man, in der Schweiz ist... Ich muss noch mal sagen. Ich muss noch mal sagen. Ich muss noch mal sagen. Ich muss noch mal sagen.